Die Lebhaftigkeit in Ihrem Sozialleben könnte eines der Hauptthemen des Tages werden. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie in großen Menschenmassen, in der Sie sich befinden werden, wichtige Chancen bezüglich der Liebe und Ihrem Status bekommen werden. Es ist Tag der Venus. Der sich im Leerraum befindende Mond wird um 10.01 Uhr in das Zeichen Schütze übergehen. Am Nachmittag wird sich der Mond mit dem Saturn im Zeichen Schütze vereinigen. Psychisch könnten Sie sich ernster und pessimistischer fühlen und Probleme damit haben, Gefühle zu zeigen. Verpflichtungen und Verantwortungen sowie Besorgnisse bezüglich der Zukunft könnten Kummer verursachen. Am Abend wird der Mond mit dem Neptun im Zeichen Fische ein Quadrat bilden. Während Gefühle und Träume intensiver werden, könnten wir uns melancholischer fühlen. Verträumtheit, Chaos und Ungewissheit könnten unser tägliches Leben beeinflussen. Wir könnten uns vermehrt für spirituelle und geistige Themen interessieren.